Guten Morgen! An der letzten Update-Videos hat mir erst das Conversations-Modul gewusst, der nicht erst erlaubt, Nachrichten und eine Benutzer von ihrem Website zu verschöckern. Er lohnt also doch so, dass von dir, ob ihr schon eine andere Seite von ihrem SIT befand, wo ihr zum Beispiel am Gange seid, etwas zu schaffen, und gerade zu dem Zeitpunkt in eineren ihr euch ausschreift, so entsteht unten ein kleines Mini-Fönster, die ihr euch anschauen könnt. Ihr könnt von hier aus auch direkt ein Ampfer checken, ohne dass ihr die Fenster, an der ihr am Gange seid, zu schaffen verlassen müsst. Auch von hier aus könnt ihr die Möglichkeiten, die mir ihr schon hier gestaltet haben, für zum Beispiel ein Dokument direkt anzuzählen. Ihr könnt aber weiterhin auch noch immer an den Hauptprogramm von der Conversation in Raffi zu lernen. Hier könnt ihr zum Beispiel neue Conversationen starten, oder auch Erl-Konversationen nur hier sogar an.